Also es ist schon wirklich sehr gewagt, aber ich finde sie kann es auch einfach machen, weil Uff, dieses Kleid, das ist so schön Oh Leute, ich habe gerade voll Gänsehaut, ey Hey Leute, was geht ab? Mein Name ist Savo und ich begrüße euch herzlich zu diesem neuen Video Shilin David und Savion Naidoo, nur mit dir, das Musikvideo ist endlich online Ich habe bereits auf das Glied reagiert und jetzt schauen wir uns das Video an und werden darauf gemeinsam reagieren Und ja Leute, ich bin schon sehr gespannt und ohne lange zu zögern, sage ich auch, fangen wir direkt an Aber Leute, ich würde mich wirklich sehr freuen, wenn ihr in die Kommentare euer Lieblingslied von dem Album Super Size schreiben würdet Und ob ihr vielleicht eine Reaction darauf haben möchtet, dann könnte ich gerne darauf reagieren Und dann hätten wir wieder ein neues Video und ja Leute, ohne lange zu zögern, sage ich auch, fangen wir jetzt direkt an Und los geht's Uff, 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 Leute, es sind 10 Sekunden gerade vergangen Was ist das für ein heftiges Bild? Boah, darauf kommen wir später zu reden Oh Leute, links Ferrari, rechts Porsche Richtig schönes Outfit von beiden Einfach nice Leute, was sind das für Aufnahmen? Abo, Leute, die sehen so schön aus, ne? Boah, Leute, ey Okay, okay, machen wir erstmal weiter So, kommt ein bisschen klar So Leute, habt ihr einfach die Figur gerade gesehen? Leute, sorry, dass ich das so auseinandernehme Das Video aber, Leute, heftig, ey Boah, Leute, sie sehen in diesem Video so heftig aus, ne? Es ist schon immer dieses, äh, wie soll ich sagen Also es ist schon wirklich sehr gewagt Aber ich finde, sie kann es auch einfach machen Weil, ich meine, ähm Viele urteilen jetzt über ihren Körper Und dass sie den machen lassen hat Und was weiß ich und so Und dass sie ihn dann auch noch zeigt Ich meine, das ist so wie wenn du dir irgendwie was Teures kaufst Und es nicht anziehst oder so Leute, ich finde das Video so schön Es ist auch so, ähm, wie soll ich sagen Der Schnitt auch vom Video ist wirklich schön Langsam und deutlich geschnitten Und nicht so ein Kuddelmuddel oder so Finde ich echt ziemlich gut Leute, ihr Kleid, ne? Das gerade eben, das ist so schön, ne? Oh, das sieht so gut aus alles So, Leute, ganz kurz einmal Auch bei meiner Reaction auf das Lied selber Ich habe das Lied einmal gehört Aber natürlich findet man hier wieder Ein paar Sachen, die einem davor noch nicht so krass aufgefallen sind Und Leute, ich muss sagen Sie singt echt wirklich sehr, sehr schön Und ich finde, sie ist als Sängerin wirklich sehr, sehr talentiert Die Kulisse auch, Leute Das ist so nice, das, was die gemacht haben Und wo die auch sind Ist einfach richtig cool Richtig nice, finde ich das Oh, dieses Kleid, das ist so schön Oh, ich mag das voll Bro, Leute, einfach keine Verbindung Wir warten eben einen kleinen Moment So, jetzt müsste es klappen Ich habe es jetzt gerade gesehen Auf dem Ferrari steht einfach super size Und auf dem Porsche Outnow, richtig geil, ey Uff, dieses Kleid ist so schön Uff, und wie es hier steht, Alter Ist nicht normal, ey Ey, Leute Ich finde sie einfach so schön Und es ist auch so schön Das mit den Tieren, ne, Leute Bei einem Videodreh ist das echt gar nicht so leicht Ihr müsst euch das mal vorstellen Eure Schminke muss sitzen Eure Mimik Eure Haare Hier, sie ist einfach im Wasser Und das muss einfach sitzen Das muss gut aussehen, Leute Und, keine Ahnung Die Kleidung Und das mit den Tieren Und so Das ist echt nicht leicht Und da steckt so viel Mühe Und so viel Arbeit dahinter Vor allem auch, dass zwei Leute einfach im Video sind Und zu sehen ist Ist wirklich sehr viel Arbeit Ist wirklich sehr gut gelungen Richtig heftig Oh, Leute Ich habe gerade voll Gänsehaut, ey Boah, das ist richtig heftig Ich bin eigentlich nie so krass emotional Bei solchen Musikvideos Aber, boah Findet ihr nicht auch, dass deren beiden Stimmen einfach so krass zusammenpassen? Ich finde, das klingt so schön Es ist so beruhigend einfach Richtig gut, richtig gut, Leute Leute, ich glaube, ich brauche gar nicht mehr viel zu sagen Ihr habt schon verstanden, wie nice das war Und ja, Leute Ich hoffe, das Video hat euch gefallen Wenn es euch gefallen hat, Leute Dann lasst doch gerne ein Like da Um keine weiteren Videos zu verpassen Könnt ihr gerne diesen Kanal abonnieren Und die Glocke aktivieren Und ja, Leute Bleibt gesund Passt auf euch auf Und ciao Und ja, Leute Listen Untertitelung des ZDF, 2020